servus youtube und herzlich willkommen zu einem neuen video heute nicht auf meinem kanal sondern wieder mal auf dem kanal von house of cards herzlich willkommen auch an die zuschauer von dem lieben julian mein name ist auch julian ich hatte schon mal ein gast video hier mit einem blue eyes deck profile vielleicht haben das einige von euch schon gesehen und vielleicht können sich ein paar auch noch daran erinnern ich möchte euch heute mal ein bisschen die neue version von jugio pro 2 vorstellen und ich würde sagen wir quatschen da gar nicht so lang rum wir starten direkt mal mit der ich habe das ganze natürlich ein bisschen angepasst also das wollen wir nicht machen online-duell wollen wir machen und da gehen wir einfach nur join game mehr muss man gar nicht machen da kann ich hier mein deck auswählen habe mir mein avatar da setzt sich dann den haken und dann muss man quasi warten bis ein spieler nach joint und da kann man dann einfach nur auf den start button drücken und schon ist man letztendlich im spiel drin und da joint in dem fall jetzt hier auch schon einen gegner der auch sofort seinen haken setzt das heißt wir können das spiel starten und hier haben wir dieses steinschere papier ein bisschen übersichtlicher und besser designt als früher und wir wollen auf jeden fall mal das spiel beginnen das spielfeld habe ich mir übrigens auch selber angepasst hat aber finde ich wie ich finde schöne 3d effekte das heißt man kann auf jeden fall sich die karten noch mal anschauen das poppt ein bisschen hoch wenn man ein extra deck hat würde das ganze auch fächern hier sieht man auch noch mal was man alles zum deck drin hat ist auf jeden fall eine schöne sache so fangen wir mal mit dem spiel an auf jeden fall wir aktivieren erst mal unsere tolle zauberkarte darauf trainieren wir dann und der gegner gibt in diesem fall hier dann direkt auf das heißt ja hier kann ich euch an dieser stelle defekte leider nicht wirklich gut zeigen aber ich würde sagen wir starten dann auch direkt das nächste spiel wie ihr seht hier wird auch direkt nachgejoint geht ruck zuck ja so wir gewinnen wieder ich möchte wieder anfangen was das mit den aufgeben angeht ja das hat man leider immer wieder egal auf welcher plattform man spielt ob das def pro ist oder was auch immer aber wie auch immer wir starten erst mal mit einem pot of desires mal schauen ob deine erschaft hand ist oder ob der effekt durch kommt kommt durch wunderbar macht es allerdings trotzdem nicht wirklich besser die hand ist jetzt echt nicht die beste für true draco setzen wir das einfach mal versuchen ein bisschen zu blöffen und geben dann erstmal den gegner ab der also den 3d effekten kann ich euch jetzt hier mal zeigen theoretisch sieht man hier meine verbanden karten kann ich mir hier schön als fächer anzeigen lassen in dem fall war das auch echt bitter was hier so verbannt wurde aber ja kann man nichts ändern dran ansonsten lebenspunkte werden oben rechts angezeigt und es gibt auch ganz wichtig eine neuerung und zwar hologramme das werdet ihr auf jeden fall noch sehen sobald ein monster sich im spielfeld befindet also das ist so ein bisschen rohogramm artig gemacht da gab es früher auch mal ein gameboy spiel da sah das ähnlich aus aber ich finde es ganz schön ein schönes neues feature kann man allerdings auch deaktivieren aber ich habe mich jetzt aktuell entschieden ist aktiviert zu lassen wie ihr seht hier der kepler sieht meiner meinung nach ziemlich cool aus die karte da wollen wir jetzt allerdings mal ein max c darauf aktivieren hier nochmal der schöne karten fächer denn was weiteres aktivieren wir nicht drauf so was macht unser herr da die aktive auf jeden fall nicht darauf aktiviert seinen dunklen vertrag gegen ddd spielen wir im übrigen falls ich das nicht erwähnt hatte die karte schießen wir direkt mit unseren ogre weg man kann sich dann seinen friedhof auch wunderbar anschauen wenn man hier mal guckt also es ist sehr übersichtlich gestalt wie ich finde und man sieht halt auch was ich cool finde auf der linken seite eigentlich alles was bisher so in den friedhof gelandet ist von dir vom gegner und was auch in der banish zone so drin ist so der gegner kann in dem fall jetzt hier nicht mehr viel machen wir seine place ein bisschen zerstört dann würde ich sagen setzen wir die hier mal und aktivieren dann für eine tributbeschwörung vom gegner und holen sie jetzt den masterpiece selekten einmal die und die vom gegner das ist sehr schön und das heißt jetzt gegen fallen immun das aktivieren wir auf jeden fall die wehren wird das aktivieren wird es nicht da muss ich tatsächlich mal schauen nein aktivieren wir nicht so wir warten also ich finde das hologramm hier auch vom masterpiece an der stelle gerade relativ schön gemacht aber ist ja immer alles so ein bisschen geschmackssache aktivieren wir es mit den effekt und schießen die back row des gegners und da haben wir dark contract with a witch also dunkler vertrag mit der hexe gekickt jetzt machen wir noch mal unseren pot of desires um zwei nachzuziehen zumindest wäre es schön und da bekommen wir die draws auch schon die normal zusammen hatten wir theoretisch schon deswegen können wir das nicht mehr machen aber ich finde das auch den effekt hier man kann sich jederzeit seine backrow wieder anschauen ist eine sehr gute sache dann gehen wir mal die battle phase und gehen mit 2950 direkt und ich hoffe die gehen durch jawohl und das ist übrigens auch ein schöner neuer effekt wenn man lebenspunkte verliert und ja dann gehen wir mal den gegner ab was ich auch sehr interessant finde ist ja das überhaupt mal ein spiel in die ugo existiert letztendlich wo man das also quasi gestartet wird wie ein normales computerspiel also wenn man das spiel startet hat man tatsächlich einen kompletten black screen wie bei jedem anderen game was man spielt so wir aktivieren jetzt auf jeden fall erstmal hier unsere falle darauf und wollen uns dann den masterpiece letztendlich wiederholen so aber den chain den nehmen wir uns noch nicht damit warten wir noch eine sekunde so was macht er da also törich törich des begräbnis legt er auf jeden fall schon mal rein da legt der dd geist rein ok also ihr schreibt das ruhig mal unten in die kommentare wie ihr jetzt gerade auch diese version quasi findet also was haltet ihr von diesen 3d effekt man kann es auch theoretisch alles ausblenden wenn man das nicht mag aber ich bin halt ein großer fan davon weil es eben mal was neues ist deswegen halt gerade für mich interessant aber naja ist ja alles geschmackssache so ich glaube wir warten damit auf jeden fall noch unser gegner ist immer noch dran der masterpiece kann jetzt nicht mehr schießen leider aber was soll es also übrigens auch an die leute die jetzt hier rummeckern werden du spielst ja 2 draco klar ich spiel 2 draco hat alleine schon einen grund an sich bin ich eher ein blue eyes fan wissen viele meiner zuschauer aber da ich mich aktuell auf die regionals am 23 in witzenhausen vorbereite wo ich wahrscheinlich 2 draco spielen werde je nachdem was die banliste anrichtet ja übe ich ein bisschen dieses deck deswegen ich hoffe das kann der eine oder andere verstehen so jetzt benutzen wir allerdings den tribute effekt so und dann dürfen wir schießen durch den effekt der falle sofern seine kette durch ist so normalerweise müsste ich eigentlich schießen dürfen ah genau jetzt wird das ganze aktiviert und wir wählen sein ddd flammkönig chengis er holt sich den dd geist wieder zurück aufs feld und das ist ein tuner und das sind beides tuner okay das heißt normalerweise kann er damit nicht viel machen wir ketten jetzt erstmal hier den effekt an finde ich auch äußerst interessant dass man da jetzt nicht mehr ständig auf irgendwie chain dass man das irgendwie aktivieren muss sondern man drückt einfach die karte genauso wie wenn man eine huntrap hat man wirft sie einfach ab finde ich eine sehr gute sache ist auch schön revolutioniert ich meine man kann das hier auch normales einstellen all chain ignore chain und auto chain ist halt aktuell leider englischsprachig aber ich denke da wird es auch irgendwelche möglichkeit geben das ganze auf deutsch zu stellen habe ich mich jetzt allerdings nicht näher mit befasst weil es für mich auf jeden fall so auch okay war aber ja muss jeder für sich selber wissen und ich finde die hologramme halt wie gesagt sehr sehr schön so er aktiviert seinen dunklen vertrag mit dem tor und holt sich den oder hat sich hier den was hat er sich da auf dem friedhof gelegt gar nichts okay er hat den thomas in seine pendelzone gelegt wichtig bei der ganzen sache ist natürlich alles schon aufs linkformat ausgerichtet wie ihr seht keine pendelzone mehr linkzone haben wir hier oben auch wenn man die hier nicht so gut sieht ich glaube er wird ja was wird er versuchen zu gehen aktuell noch kann ich mir das ganze nicht wirklich erklären aber da wird aber da wird naja warten wir mal ab und decode talker okay da haben wir zum beispiel auch schon einst der angesprochenen link monster jetzt mal auf dem feld mit 2800 atk weil es eben ja da habe ich meinen monster nicht gerade günstig gelegt aber so ist es halt ich wusste quasi mit meinen mädchen hier seinen masterpiece sage ich schon sein decode talker das heißt normalerweise müsste er den jetzt angreifen und zerstören ich glaube hat er noch andere option hat er nicht er geht in die endphase okay das ist finde ich ein bisschen komisch warum macht er das wir machen auf jeden fall eine normalbeschwörung holen uns jetzt einen masterpiece der moon ist gegen monster und was zerstören wir sein decode talker würde ich sagen gehen dann einfach mal die battle phase ist zwar ein bisschen riskant was ich hier gemacht habe weil der eben nur immun gegen monster ist aber wir spekulieren einfach mal darauf dass er jetzt nicht irgendwie noch ein dark hole oder so hat rageki hat er schon gespielt und gehen dann direkt wieder in die endphase haben wir noch was zum schießen hier wir haben keinen keine möglichkeit mehr zum schießen das ist schade er muss 1000 lebenspunkte zahlen weil er ja für diese für die kosten der karte weil er kein ddd monster auf dem feld hat das heißt er hat noch 1100 lebenspunkte aktuell jetzt spielt er den ddd wirbelschleim wahrscheinlich den hat er sich auf die hand gesucht den wird er raus pendeln nehme ich an mal gucken was er macht der wirbelschleim kommt jetzt auf jeden fall erstmal ok interessiert uns das aktuell das problem ist wir können es auf jeden fall nicht aufhalten weil wir eben keinen schoßeffekt haben da liegt der cengiz jetzt auf jeden fall schon mal so ddd geist kommt hinterher ich glaube dass er versucht auf jeden fall wahrscheinlich auf den crystal ring zu gehen das wäre ein sehr starkes out gegen mich weil ich weiß gerade aktuell gar nicht ob ich da noch eine möglichkeit habe ich habe nämlich den das meine ich was eben ein bisschen riskant war ok hier haben jetzt auf jeden fall erst den siegfried auf dem bord auch keine schlechte karte so, dann müssen wir wieder warten das ist halt auch immer so ein bisschen das Problem wenn man online spielt, man hat halt relativ lange Wartezeiten und hier hat unser Gegner aufgegeben in dem Fall warum kann ich mir nicht erklären, vielleicht hat er sich eine falsche Kombo zusammengespielt wo er kein Out mehr gegen Masterpiece hatte oder weil er dachte ich kann noch schießen ansonsten würde ich sagen war es das auch soweit mit diesem Video ich hoffe euch konnte, ja ich konnte euch einen kleinen Einblick in dieses neue Programm Yu-Gi-Oh Pro 2 geben, ich bin mir sicher der liebe House of Cards wird auch einen Link in Downloadlink da unten in die Videobeschreibung packen und ansonsten würde ich mich sehr freuen wenn der ein oder andere auch mal den Weg auf meinem Kanal findet, da werdet ihr auf jeden Fall öfter mal so Duellvideos sehen, ansonsten Deckprofiles auch Interviews mit einigen Yu-Gi-Tubern oder auch mit Spielern die in der ja in der Szene stark vertreten sind, sag ich mal und ja, da will ich auch gar nicht mehr groß rumquatschen macht's gut, bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao